Hallo ihr Schnellen, ihr seht grad schwarz Bild, weil ich unvorbereitet bin und so. Ich wollte nur sagen, Artimcofter ist auch dabei. Joa. Wir sind hier grad auf dem Building Server von, ähm, wer ist es, kein Leben.net. Und ich kann heute leider nix richtiges hochladen, weil, ich weiß nicht, mir geht's heute nicht so gut. Ähm, wenn ihr mal, wie gesagt, morgen kommt Lego Marvel Super Heroes für die YouTuber Woche, danach kommt TTT mit Artimcofter. Joa. Ähm, ja, wie gesagt, also wir haben, wir bauen schon, wir haben, ich hab meins fertig gebaut, ja, Kid Kuku. Ähm, aber wie gesagt, mir geht's heute wirklich nicht gut und das ist jetzt auch keine Ausrede oder sowas, mir geht's halt einfach scheiße. Weil, wenn ich lange skype, dann geht meine Stimme auch langsam weg, also. Deswegen, Leute, ähm, ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, dass ich sowas mache, aber wie gesagt, morgen kommt Lego Marvel Super Heroes, ich glaub, für uns 20 Minuten geht es, und danach kommt Double Tavistown und danach kommt wieder Scribblenaut und sowas halt. Und dann, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, sorry, wie gesagt, nochmal. Und ich hoffe, wir, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Bye. 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 Vielen Dank.